Aus deutscher Sicht dürfte das zentrale Thema die Frage heute sein, erreicht der DAX sein Allzeithoch? Das, was die Amerikaner jeden Tag schaffen, das könnte der DAX heute wieder mal erreichen, nämlich über das Allzeithoch bei 13.600 Punkte steigen. Und damit allerherzlichste Willkommen, meine Damen und Herren, zu dem letzten Handelstag der Woche im Fokus. Heute die US-Arbeitsmarktdaten, 14.30 Uhr, das ist das, was die Märkte bewegt, obwohl die FED ja gesagt hat, also da muss schon in China ein ziemlich dicker Sack Reis umfallen, damit wir unsere Geldpolitik ändern, also die FED wird erstmal nichts tun. Und normalerweise sind diese Arbeitsmarktdaten ja vor allem deshalb wichtig, weil man sich sagt, naja, was hat das für Auswirkungen auf die US-Geldpolitik? Derzeit ja das Mantra, die Erzählung in den USA, die Wirtschaft ist super gut, das hat gestern Richard Clarida, FED-Vize, nochmal gesagt. Ja, Konsument steht der erstklassig da, alles ist eigentlich perfekt, wir sind zufrieden, dass wir jetzt diesen Zinssatz erstmal so eingefroren haben. Wir sehen, dass wir in einer der besten aller möglichen Welten leben. Die Frage ist, ist das so wirklich? Und schauen wir uns mal an die letzten Daten hier der Non-Farmer Payrolls, was Sie hier sehen, oben, das sind die ADP-Arbeitsmarktdaten, die ja jetzt am Mittwoch rausgekommen waren, die neuesten Daten jetzt für den Dezember und die wurden maßgeblich nach oben korrigiert, was schon den Vormonatswert betrifft, auf 124.000 und der Wert am Mittwoch war über 200.000 Stellen. Das hat die Erwartungen deutlich angehoben für die heute anstehenden Non-Farm Payrolls, für die großen US-Arbeitsmarktdaten. Wir haben, auch wenn das in diesen Charts hier nicht ganz so rauskommt, eine ziemlich große Differenz zwischen dem ADP und den Non-Farm Payrolls. Mal sehen, ob heute die Erwartungen ähnlich geschlagen wird, wie beim letzten Mal, als 266.000 Stellen hinzugekommen waren. Damit hatte keiner gerechnet, die Märkte damals hossiert. Schauen wir uns mal an, was so fundamental hier die Erwartung ist. Wir erwarten, dass wir ungefähr 160.000 Stellen bekommen. Im November waren es, wie gesagt, 266.000. Höchste Schätzung 210 von Morgan Stanley. JP Morgan ist am pessimistischsten mit 125.000 Stellen. Wir haben dann eine Arbeitslosenquote, die bei 3,5%. Wahrscheinlich bleibt unter vor allem Stundenlöhnen 0,3% zum Vormonat und plus 3,1% zum Vorjahresmonat. Das sind schon ziemlich deutliche Lohnanstiege. Und es gibt verschiedene Parameter, wie man jetzt diese anstehenden Arbeitsmarktdaten beurteilen kann. ADP war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Die Komponente Employment im ISM-Dienstleistungsindex war etwas schwächer. Im Manufacturing-Employment war es deutlich schlechter. Also die ISM-Daten deuten eher auf schwächere Zahlen hin. Aber die Erstanträge auf Arbeitslosenquote sind auch gestiegen im Vergleich zum Vormonat. Also man kann hier spekulieren. Ich will das nicht weiter ausführen. Jedenfalls gibt es einige Parameter, die von anderen Indizes, von anderen Indikatoren kommen, die eher schwach sind und möglicherweise eine Enttäuschung bringen. Wir werden sehen. Insgesamt aber ist entgegen der Erzählung von Donald Trump das Jahr 2019 dann, dass wir ja praktisch dann zumachen mit den Daten jetzt, die heute kommen vom US-Arbeitsmarkt, haben wir das schwächste Non-Farm-Payroll-Growth seit dem Jahr 2011. Es sei denn, es kommt heute eine Wunderzahl. Aber zutrauen würde ich das den Amerikanern, dass die mal plötzlich durch sogenannte Seasonal Adjustments, durch saisonale Anpassungen da eine Traumzahl raushauen. Wir haben gestern natürlich wieder gesehen, neue Allzeithochse bei Aktien wie einer Apple zum Beispiel. 309 Dollar war der Schlusskurs. Wir haben jetzt einen RSI, einen relativen Stärke-Index bei der Apple, der so hoch ist wie seit dem Jahr 2005. 2005 nicht im Meer. Wir sehen, dass das fundamental absolut gerechtfertigt ist. Hier ist der Gewinn pro Aktie. Der geht tendenziell nach unten. Die Aktie geht tendenziell nach oben und zwar ziemlich kräftig. Wir sehen ein ganz ähnliches Bild bei Tesla. Tesla ist jetzt mehr wert als General Motors und Ford zusammen. Bald hat man auch Volkswagen überholt, die glaube ich Faktor 1000 ungefähr Absatzzahlen haben im Vergleich zu Tesla. Wir sehen auch hier Fundamentaldaten und Kursentwicklung. All das bringt so ein bisschen auf den Punkt, was derzeit der Fall ist. Wir sind in einer Blase, wie Sven Henrik sagt. Er sagt, das ist sozusagen kaum mehr nachzuvollziehen. Jeder ist long. Wir haben jetzt eine wahnsinnig geringe Shortquote im Spider, im maßgeblichen ETF auf den S&P 500. Da ist unter ein Prozent, das ist die geringste Shortquote seit Jahren. Jedenfalls hat das nichts mehr mit der ökonomischen Realität zu tun. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Es hat auch nicht mehr viel mit den Gewinnzahlen von Unternehmen zu tun. Und der Sven Henrik sagt, wir bauen hier eine umgekehrte Pyramide auf, wo das große Gewicht direkt auf der Spitze gelagert ist. Und das wird früher oder später schief gehen. My word hier, bleibt vorsichtig und kritisch. Das ist ein Environment of Hype. Das ist ein Hype, der hier derzeit stattfindet, der nicht substanziell ist, der nicht standhalten wird. Und jetzt ist das Mantra eben wie in allen Blasen. Es kann nur nach oben gehen, aber irgendwann wird jeder, der so denkt, kalt erwischt. Das ist, glaube ich, das, was man über diese Märkte sagen muss. Ich gönne jedem, der hier Gewinne macht mit Long Position. Verstehen Sie mich nicht falsch. Das ist sicherlich für jeden eine ganz tolle Sache. Freut mich auch persönlich. Aber es ist halt eine extreme Differenz zwischen Kursentwicklung und Fundamentaldaten. Und es macht Sinn, darauf hinzuweisen, auch wenn manche das nicht so gerne hören. Wir haben hier nochmal die Shortquote. Hier sehen wir im S&P 500 minimal. Wir sehen, dass fundamental die Dinge hier, Earnings per Share etwa im Dow Jones oder bei den Dow Jones Konzernen rückläufig. Dow steigt sie gleich. Gleichwohl, auch hier der RSI auf dem höchsten Stand jetzt seit dem Abverkauf im September oder ab Oktober 2018. Wir sehen hier den Nasdaq, der so ähnlich sich verhält wie in der Dotcom-Blase 1999 bis 2001. Wenn es so geht, wenn wir diesem Muster folgen, dann hätten wir vielleicht noch ein bisschen Platz nach oben. Insgesamt, das werden wir gleich sehen, erwarte ich, dass die 3300er Marke im S&P auf jeden Fall erreicht ist. Die wird magisch anziehen. Schauen wir uns diese Geschichte doch gleich mal an. Vielleicht im S&P 500, bevor wir zum DAX kommen, 3284. Es fehlen also nur noch 16 Pünktchen und diese runden Marken, die sind schlichtweg sehr, sehr attraktiv. Deswegen gehe ich davon aus, dass wir diese 16 Punkte noch machen. Etwa ein halbes Prozent wäre das. Also durchaus darstellbar. Wir haben neue Hochs gesehen beim Nasdaq jetzt über der 9000er Marke, 9024. Wir sehen den DAX aktuell getaxt im Bereich 13.530. Es fehlen also 70 Pünktchen bis zum Allzeithoch. Ich kann mir schon die Schlagzeilen imaginieren. DAX neues Allzeithoch. Dann wird sich der eine oder andere denken, Mensch, jetzt muss ich doch endlich in den Markt rein. Wir sehen Euro-Dollar bei 1.1107 tendenziell schwächer. Wir sehen das Gold weiter unter Druck ist 1.548. Und das amerikanische Cluedoil hat sich auch nicht wirklich erholt seit dem Höhenflug bei 49,41 Dollar. 59,41, genau. Das ist der Preis. Also das ist die Lage. Wir sind in einer Euphorie, in einem Hype. Dieser Hype kann weitergehen. Dieser Hype kann sogar noch länger weitergehen. Klar, wir haben jetzt die US-Berichtssaison. Dann wird es ein bisschen kritischer. Denn dann muss man die Kurse mit der Realität abgleichen. Das kann im Einzelfall durchaus sehr unangenehm werden. Aber jetzt will man nochmal diesen Hype erzeugen. Will nochmal positive Schlagzeilen sehen. Wahrscheinlich wird der DAX das Allzeithoch. Wenn nicht heute, dann nächste Woche erreichen. Wäre doch zu schön. Wären wunderbare News, die dann alle verbreiten könnten. Und damit das geneigte kleinere Anlegerfolge nochmal schön investiert. Ich hoffe, Sie haben jetzt einen wunderbaren Freitag. Und ich sage erstmal Servus und Ciao.